Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Ich würde mal sagen, wir starten direkt. Diesmal versuche ich etwas besser zu sein und die Items, die ich habe, auch zu benutzen. Select. Okay. Gehen wir nach oben. Okay. Die können wir theoretisch gesehen noch einsperren lassen, aber sonst kommt man ja nicht weiter. Kommt her, ein kleines Spinn. Los, stirb! Ja, da... Oh, erstes... Das ist den ersten Raum geschafft, ohne Leben zu verlieren. Ich würde mal sagen, läuft bei mir, ne? Was ist das denn? Ein Jesuskreuz. Okay. What the fuck? Oh, wirklich? Bekomme ich jetzt extra Leben und was passiert? Ich verliere ein halbes. Diese Spinn geben mir sowas, war noch die Nerven, ey. Rauschisch. So. Ja, ein Herz und... Und doller. Öffne mir mal. Ah, Mann ey, wir haben nur zwei. Was kriegen wir dafür? Dafür nichts. Das hätte ich sehr gerne. Egal. Wir schaffen es. Trotzdem. Mit viel Leben. Isaac versus Pinn. Dieses Vieh hatte ich auch schon mal. Ach, Mann ey. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Genau, diese Taktik hatte ich bei dem. Immer wieder nach links und rechts laufen. Außer wenn das Vieh anfängt irgendwas zu schmeißen. Die Hälfte von seinem Leben ist schon weg. Das ist schon mal gut. Schlecht. Tja, schlecht. Oh shit. Ich hab's geschafft. Ja, komm. Ja, Alter. Nimm's doch auf. Ach so, ich hab volles Leben. Ja. Ja. Okay. Fleisch. Oh ja. Kein Essig hier. Öh. Ein Geschenk bekommen. So ne? Kann ich erkennen. Okay, jetzt hat Isaac seine Mutter ausgelacht. Bisschen Kürze auf da. Ah, nein. Gott. Was sind das für Viecher? Small Rock, okay. Heuleise. Komm her. Heuleise. Darum. Nein, nein. Oh Gott. Die Viecher sind vielleicht gerissen. Kommt doch raus. Ballum. Tsch. Es sind zu blöd zum Scheißen, sind die Viecher. Oh, komm doch raus. Kommt doch raus. Kommt doch raus. Kommt doch raus. Kommt doch raus. Aha. Wo kommt die Bombe her? Aus dem Nichts. Okay. So viele Spinnen, ey. Ah, Mann. Kommt doch her. Blödes Viech. Mann, nur noch zwei Leben. Ich bräuchte mehr Leben. Gehen wir mal da durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ja, im wahrsten Sinne des... Ah, Mann. Warte mal, was ist das denn? Hör, hör, ein Ab. Ist wirklich ein Ab. Überhaupt keine Nachmache von Mario, ne? Ah, ich frage mich, was das Ding jetzt bewirkt. Da oben steht es auch mal als... Ah, T... Ah, nicht in TNT rankommen, wenn ich in der Nähe bin. Los. Ah, Gott, überall diese Spinnen. Los. Töte das Viech? Ja, nice. Jetzt haben wir schon vier... Was auch immer das sein soll. Nehmen wir es einfach mal doll ab. Dann gehen wir erst da oben rein. Eine Puppe mit einem Blasen-Mund, okay. Willst du mehr Blasen? Nein. Nein, Spaß. Ähm, los gehen wir weiter. Ah, nicht schon wieder. Oh. Komm, verschwindet. Ah, nur noch ein halbes Leben. Mann. Ah, dafür ist das da okay. Richtig geil. Ah, jetzt sind ja aber wieder drei Spinnen hier. Ah, ist mir gar nichts, Spinnen. Yay, ein halbes Leben brauche ich jetzt auch. Nein. Ah, verpisst euch. Ah, Gott. Okay. Wieder volles Leben. Goy. Ja, wir haben keinen Schlüssel. Können wir sowieso nicht öffnen. Mal gucken, was für ein Endgegner jetzt kommt. Isaac versus the Duke of Flies. Oh, Gott. Ein Kumpel von mir hatte mich hier auf das Viech gewarnt. Ah. Einfach nur schießen, ey. In der Ecke stellen und schießen. Ah, nicht wenn die Viecher von oben kommen. Los, versuch das Viech zu treffen. Piss dich. Oh, nein. Das Viech geht mir jetzt schon auf die Eier. Los, tschuldigung, die Fliegen. Oh, die Fliegen, die Nerven sowas von, ey. Los. Das Ding hat nicht mehr viel Life Points. Los, gebühm. Bam, Junge. Ach, die Viecher nehmen noch weiter. Ah. Okay, das war Zelda. Das gehört hier nicht hin, aber. Und wieder zwei Herzen bekommen und wir haben fast volle Life Points. Oh. Level 3. Okay. Weiter geht's. Wo gehen wir lang? Nach unten. Können die Viecher... Wow. Wow. Ach, die kann man nur... Also, man kann die nur Life Points abziehen, wenn die so nach oben gehen. Aha. Mist. Los, komm raus. Ach, oder man... Ach, warte, warte, warte. Bombe. Ah, ich hab sogar noch eine Bombe. Ja, ist doch... Die hätte ich echt scheiße platziert. Man kann das Viech eigentlich theoretisch gesehen auch darunter schubsen, oder? Ja, jo, wahrscheinlich. Ach, leck mich doch. Oh, Mann. Dass ich an jetzt so einem beschissenen Viech sterbe, ey. Oh, das wär echt knapp. Und wir haben wieder eine Bombe gewonnen. Und das ist mein Handy abgebriert. Und weiter geht's. Gucken, was... Oh, nein. Oh, nein. Stirb, du Motherfucker. Oh, nein. Oh, Mann, Mann, Mann. Was sind das für Viecher? Beschissenes Viech, ey. Ein extra Leben bringt mir auch viel, wenn ich nur noch ein halbes Leben habe, ne? Ich hab keinen Schlüssel. Und keine Bomben. Oh, Mann. Weiter geht's mit einem halben Leben. Ich glaub nicht, dass ich noch weit komme. Ich komme... Der war jetzt flach. Ach, sind das ein Casino? Oh, geil. Null. Ach, man kann da Glücksspiele machen. Null. Okay, ich darf dieses Wort nicht so oft benutzen und nicht hier auch jetzt mit dem Glücksspiel. Schlüssel. Yay. Benutze ich für den goldenen Raum, den ich vorhin gesehen habe. Kann ich mir was Schönes kaufen? Weg von dem Automaten. Ein Kreuz. Können wir jetzt hier reingehen. Yay. Eine Spritze. Void Rage. So, meine... Ah. War nicht schneller. Das bringt mir nichts. Ich hätte mich über ein Leben gefreut, aber nicht über sowas. Oder über ein Ab. Oh, scheiße. Mist. Jetzt bin ich wieder an sowas gestorben, ey. Mann, 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 ey. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ciao. 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 Ciao.